Ich hab reiflich drüber nachdenkt, für und wieder abgewogen, hab jeden möglichen Aspekt in meine Überlegung einbezogen. Hab's beileibe mir nicht leicht gemacht, alles geistig aufs Tapet gebracht, dazu hat's noch ein Zeitdruck gegeben, mein Ergebnis darzulegen. Die anderen sind ja auch nicht müßig, aber davon sind richtig schnell. Niemals tat ich der Ort hudeln, war er dir an ihrer Stelle. Ohne weiter nachzudenken, kein Detail Beachtung schenken, so hab's Entscheidungsdruck gemacht, hab mich dadurch in Zugzwang gebracht. Ich lass mich nicht gern so drängen, brauch dazu schließlich mein Zeit. Ich geh euch da keinen zwängen, denn da bin ich nicht so weit. Hab meine Lösung noch nicht gefunden, ich brauch noch ein paar Sekunden, dass ich noch kurz nachdenken kann, ich bin ja nicht einmal noch dran. Mein Ergebnis steht jetzt fest, es ist solid, konservativ. Manche täten sicher sagen, ich war doch nicht sehr kreativ. Nenn's beruhig, uninspiriert, das lässt mich völlig unbeirrt. Denn schmecken muss es schließlich mir, ich ruf Herr Ober, bitte hier. Ihr hätt gern a Schnitzel und a Bier. Ich bin ja nicht so weit, ich bin ja nicht so weit, ich bin ja nicht so weit, Mais ich dulz nicht so weit, ich bin ja nicht so weit vor, ich bin ja nicht so weit infinitiv. Untertitelung des ZDF, 2020